...geladen Teamarbeit, beschützen Sie vor den übrigen Gefahren. Was? Denn um das unbekannte Verbrechen kümmern sich unsere Profis vom FBI. So viel fordert Opfer. Ein ganzes Krankenhaus und eine Notaufnahme mit Starbesetzung bieten Ihnen Schutz und Pflege. Richten Sie jetzt Ihren Blick gezielt auf das Komische im Leben. Familienspaß zum Reinlegen. Mit den größten Lachern und den stärksten Sprüchen aus vorbildlichen Haushalten. Gute Unterhaltung für alle, das ist unser Auftrag. Denn auch Singles, langhaarige Außenseiter und andere Randgruppen besitzen das Recht auf Witz. Sie sehen richtig. Dies sind unsere Gesichter 98. Charme, Schick und Verstand im Einklang mit Hirn und Herz. Und die Konkurrenz macht große Augen. Denn die Hollywood-Prominenz fesselt die Blicke mit den besten Filmen und den größten Krachen. Einschalten und abheben mit den Stars des deutschen Kinos. Trauen Sie Ihren Augen und freuen Sie sich auf ein wirklich weltbewegendes Programm ohne Netz und doppelten Boden. Erleben Sie fantastische Geschichten mit wachsender Begeisterung. Machen Sie sich besser jetzt schon gefasst. Auf die größten Sprünge der Filmgeschichte. Und auf monumentale Schlachten. Aber auch auf Herz und Schmerz. Das Warten hat ein Ende. Gute Unterhaltung im neuen Jahr wünscht der Alfa 156. Das Auto des Jahres 1998. Bühne Unterhaltung des Jahres 1998. Bühne Unterhaltung im Auftrag des ZDF, Wachse UNTERTITELUNG 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 Der Name des Gastes, bitte. Monsieur Krüner. Darf passieren. Mit Tobi abgesichert? Jawohl, abgesichert. Ja, Peter, auf den Hut. Ja, Peter.